Beim Querfluss wird das vom Seitenschneidwerk gemähte Getreide quer zur Fahrtrichtung in die Dreschtrommel und über den anschließenden Schüttler quer durch die Maschine gefördert. Und was versteht man dagegen unter Längsfluss? Beim Längsfluss-Mähdrescher geht das gemähte Getreide geradlinig mit den Ähren voraus, längs durch die Maschine. Quer und Längsfluss vereinigt ergab die Klaas-Superlinie eine völlig neue Grundkonstruktion, in der die Vorzüge beider Systeme miteinander verbunden sind.